Sag mal, stört dich die Niete da mitten auf deinem Zinken nicht beim Nasebohren, Paula? Das nennt man Piercing? Nein, es stört mich überhaupt nicht. Ist das ein dämliches Modeding oder ein Lesbending? Und wenn's beides ist? Heilige Makrele! Wir hatten das schon besprochen, Daddy. Sie ist zu jung und es sieht scheiße aus. Jetzt bleibt dafür immer eine Narbe und sie muss einen dämlichen Zirkusfreak heiraten. Opa, wieso machst du jedes Mal Ärger, wenn wir uns treffen? Wieso schaffst du dir die Haare blau? Vorbereitung aufs Homo-Leben? Daddy, bitte! Würde eure Oma sehen, was hier vor sich geht, wäre sie entsetzt.